Moin Leute, willkommen zu Formel 1 2017. Das nächste Rennen in Malaysia ist am Start. Wir machen wieder Qualifying und dann gibt es das Rennen. Mit dabei wieder die üblichen Dirty Teddy, Darukat, Hitcher, Kundran, McManus, Holmes und Panther. Hallo. Hallo. Yo. Yo. Ich glaube Panther ist noch auf Karten. Der kackert. Oder? Hat der nicht was gesagt? Ich wollte auf Kalkar. Kick an. Wir fangen jetzt zur Not mit Qualifying an. Jo. Mal leise Qualifying. Jetzt kann er aber sein Setup nicht ändern. Wann konnte man das jetzt noch ändern? Nö. Du konntest Reifen-Set mitnehmen. Reifen, ja. Reifen. Der fährt gleich ohne. Ach so, jetzt hat er keine Reifen, ist natürlich schlecht. Klett ohne. Oh, der hat den DeLorean aus GTA. Wapet er durch die Gegend. Nein, falsch, das so. Auch nicht schlecht. Oh, da wird nichts geändert. Was ist denn losfahren? Da wird sofort losgefahren. Ja, ich habe es auch verkackt. So, wie ist denn die Strecke so? Kommt schon einer, da kommt der nächste. Ist ein Rundkurs. Also man fährt rundherum, ja. Nee, es ist höhere Spitzengeschwindigkeit, höherer Abtrieb. Ja, ja. Okay, also ausgewogen. Volle Power. Also das ist wirklich eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Was mit der Schnecke. Ich muss halt... Was Hochgeschwindigkeits-Schnecke. ...zu den NPCs aufbauen. Ja, ich brauche auch... Also ich... Okay, dann... Dann pass ein bisschen auf, dass du nicht in den Reinknallst, weil ich werde sehr langsam fahren jetzt. Jetzt höre ich dann auf, schon wieder rum zu flannen. Endes Nils, doch. Oh, aber man braucht hier sehr viel... Es sind lange Runden, oder? Braucht 10 Kilogramm Sprit für 5,6 Runden? Das ist krass. Ja, das ist ein recht langer Klasse. Nichts zu überholen bringt nichts, Herr Holmes. Hier passiert nichts. Nein, nein. Schon dran blockieren. Ja. Dann soll Nils schneller fahren. Ein Grad hat sich verstellt. Ich weiß nicht, ob rausfahren schon was bringt. Nicht, wenn Nils als erstes rausfährt. Okay, dann fahre ich jetzt nochmal. Ich will halt nicht in der fliegenden Runde den NPCs ausfahren. Das ist klar. Ihr seid auch in der Arbeit. Die Sonne ist leicht nervig, oder? Warum wählst du den Logitech? Oh, von mir seien es frei. Ich bin gut rausgefahren. Ihr kommt jetzt Alast. Oh Gott, ja, Dado gehen wir vorbei. Ja, okay, jetzt. Ich bin vorhin irgendwie 3, 4 Runden gefahren. Das ist immer eine gleiche Strecke. Aber welche Stelle ist denn das? Die, die, der Hügel. Weg hab ich letztes Mal den Regen gefahren. Oh, die Strecke ist gemein. Wer fährt da gerade raus? Ich. Er sollte gleich, wir kommen hier alle gerade. Ja. Ja, okay. Fürs erst da, du, dann ich. Ich weiß nicht, wer gerade noch hinter mir ist. So, was wird das? Ich hab's verkackt. Aber es ist noch nichts kaputt. Ich versche nichts. Komm schon, komm schon. Okay. Pass auf, nicht nach rechts fahren jetzt. Ja, perfekt. Ja, ich bin... Oh, ich hab immer noch Erde auf den Reifen. Ich hab's mit dem Benzin gerade verkackt. Und da habe ich dann den Bremsbuch verpasst. Komm locker. Jetzt erst mal den Mist von den Reifen fahren. Ich lass dir, ich versuch die Plätze machen. Ja, pass auf. Sag mal, sind wir die Strecke schon mal gefahren? Ich hab das NPC. Die ist ein bisschen wie China. Ja, ne? Ja, die NPC ist das. Freddy, kommst du hinter mir? Äh, ja. Ich hab's mit dem. Ich hab's mit dem Strecke schon mal gefahren. Nein, in der Saison natürlich noch nicht. Aber die Kumpel ist sehr bekannt vor. Ja, China ist halt ähnlich. Jetzt mit dem richtigen Benzin gesparen. Ja, ich hoffe, es kommt jetzt keiner raus. Ich bin nicht raus. So, jetzt muss er besitzen. Das ist gar nicht so einfach, das Strecke, die Leinen. Ich glaube, das Spiel schlägt dir als sehr einfach vor. Was ich aber ein bisschen untertrieben habe. Ja, die sind jetzt gerne so ein halbes Glück. Also, es gibt Punkte, finde ich, auf der Strecke. Also, gerade diese Hochgeschwindigkeit, das Teil. Du bist auf PC-Infektor. Ah, fünfte Reihe. Wenn du da nicht bremst. Also, wenn du dann wirklich klein mal den Punkt verpasst, dann kriegst du da wirklich sehr, sehr gut. Nils macht die Streckenindikatoren. Nein, schwer. Wenn man hier nicht bremst, ist man drauf. Ja. Nein, dann musst du bremsen. Die kann nicht leicht sein. Oh, die kann nicht fahren. Zwei, zwei Pedale. Ne. Da musst du driften. Da musst du driften. Dann brauchst du die Bremse. Oh, ich habe eine Kurve, in der ich mich immer drehe. Das ist aber nicht gut. Ja, jetzt kommt Platz drei. Aber wer kommt da gerade statt, Sil? Nein. Ich war das. Ganz aber. Ich habe keinen Benzin. Ich habe keinen Benzin im Block. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Mir ist es auch gerade ausgangen. Ach, Scheiß, brauche ich probieren da rein, ich kann nicht weinen. Das sind gute letzte Worte. Oh, Mannus, ich fährt vom Autopiloten, hast du mich reingefördert? Ah, immer diese Stelle. Bist du auf einer schnellen Runde, Mannus? Ja. Naja, ich sieht nicht so aus, ich weiß aber. Warte mal weg da. Warte mal weg. Mannus, bist du auf einer schnellen Runde. Das ist gar nicht so einfach. Mach mal Platz. Nein, nein, so meinte ich das nicht, mach mal vorne weg. Okay, nein, das ist schade, aber mach mal Platz da jetzt. Ich will ihn nicht mehr sehen. Das wird nicht so einfach. Ich fahr dir mal hinterher. Ach, komm, wir hoffen. Fahr lieber vorne weg, das ist besser für mich. Jo, okay. Ja. Weil, stehen da zwei von euch? Gut. Kein Benzin. Ihr bist ja. Moin. Moin. Moin, Leute. Der Franta kriegt mal aus uns frei. Ganz vorbei, also mit ne schnelle Runde durch. Ich hab zwar auch kein Benziner, aber nicht. Ich geh hol den noch. Ich merk schon. Nach dieser Runde an die Box. Ich muss noch einige Kassen. Im dritten Gang muss ich fahren. Ja, ich auch. Dann bist du am schnellsten. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das sinnlos, ne? Gut, dass es vor der Box passiert, ey. Kommt schon. Schaffe ich noch eine Runde? So lange, wie die hier brauchen. Also nochmal raus und noch eine schnelle Runde müsste drin sein, oder? Ja. Ich werde dich jetzt erst föhnen lässt. Ich lass mich grad föhnen. Was, eine Runde 1-4? Doch, das ist machbar. Komm Jungs, zieht Reifen auf. Macht Latte. Nein, Verstasse. Problem ist, dass man jetzt wieder in den Verkehr kommt. Platz 14 bin ich nur. Das ist gut. Das ist auch einfach geil. Ich meine, sie schließen ihr da alles an den Reifen wieder an, dass die schön warm gehalten werden. Dann wechselst du die Reifen gewechselt werden, die dann aber nicht real. Das stimmt. Oh, dann lauf auf einen auf. Komm schon. Gib mir nach. Stopp. Wer ist das? Pantha? Okay. Ah, das war's. Unsere beste Runde liegt jetzt bei. Ja. Ich bin ja hinter dir rausgespringert. Komm an hier. Warum kommen die ganzen Brotts raus? Nein, ich hab die... Bahn, Ruhe weiter. Ich hab die Runde aufgegeben. Komm schon. Alles klar. Machst du danach schon schneller, Pantha? Nein, ich versuch's zu müssen. Okay. Dann halt ich mich... Dann halt ich mich so nach. Oh, meine Reifen sind schon Löcher rechts. Die sind nagelneu. Nagelbrüchbart, wo sie können, ist der Wahnsinn. Oh, ich schaff das nicht. Ich schaff dich noch eine Runde. Ich fahr jetzt erst raus. Das reicht nicht. Oh no. Oh no. Shit. Boah. Der Durst tut mir noch nicht. Komm, ich bin jetzt neben dir. Na, ich geh nach Hause. Na, ich geh nach Hause. Na, ich versuch's. Was ist denn hier für eine Schlange? Hier sind alle NPCs. What the fuck? Alle. Was? Na, so wird's noch jemand schneller rum werden. Der D, ich kann mich nicht mehr verbessern. Ja. Ach, der ersterste Hitcher, der hält alle auf. Ja, und die fahren dann nicht vorbei, gell? Ja. Du hältst alle auf. Schade. Ja, ich fahr jetzt mal. Und alle Seiten sind zehn NPCs hinter dir. Ja, Hitcher ist ja nichts Neues. Welche Vlogs warst du noch? Ja, warte. Im Rennen rammel ich dich. Das hab ich mir als persönliches Ziel gemacht. Oh, Manno! Amann. Passt... 20 Sekunden gefehlt. Hätte ich noch ne'runde machen können. Ich bin 15, Alter. meine einzige gute runde war mit einem dreher sind aber auch 50 ins ziel ja warum haben die eigentlich keine zeit wie geben das also kini ist schon im ziel ohne zeit ich verstehe nicht habt ihr gerade auch schon die zugucken das schwarze bild ja ich mach mal ich bin schon fertig wer ist in einer box na gut das war's qualifying mal gucken wie das rennen läuft ich hoffe besser lasst trotzdem das däumchen da wenn ihr wenn ihr ja morgen das rennen zum sonntag viel spaß und ein schöner samstag noch tschüss